Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergog, ihr nicht, und heute soll es einmal darum gehen, was eigentlich die ganzen NPCs dazu bewogen hat, die eigentlich ewig loyal zu Einzulgon sein sollten, seine Befehle bewusst zu ignorieren. Doch bevor wir mit dem Thema anfangen, sag ich noch einmal schnell, Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fanx-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Einzulgon, der untote Overlord von Nazareg, gilt für die NPCs als wortwörtlich unfehlbar. Und damit meine ich, dass wenn Einzulgon sagt, dass schwarz-weiß und weiß-schwarz ist, dass die NPCs der großen Gruft von Nazareg dann nicht nur den offensichtlichen Fehler nicht bemerken, sondern mit vollem Herzen fest davon überzeugt sind, dass schwarz schon immer weiß war und umgekehrt. Doch trotz dieser fanatischen Treue die Einzulgon-NPCs an den Tag legen und trotz der Tatsache, dass sie wortwörtlich durch Bände der Loyalität an die Spieler der großen Gruft von Nazareg gebunden sind und sie sogar die Aura desjenigen sehen können, dem sie ihre Loyalität schulden, und zwar durch alle Tarnungen und Täuschungen hinweg, haben die NPCs tatsächlich nicht immer die Befehle befolgt und sogar manchmal Befehle ignoriert und sich klaren Anweisungen von Einzulgon und ihren Vorgesetzten widersetzt. Und es gibt dafür überraschend gute Gründe, denn wie wir gleich sehen werden, haben sich die NPCs paradoxerweise aus Loyalität illoyal gezeigt. Damit meine ich jetzt nicht den Sheltier-Kampf gegen Einzulgon, denn da war sie ja durch ein Weltitem, nämlich Downfall of Castland Country, unter Gedankenkontrolle gestellt worden. Und der Kampf gegen Eins war dann einfach nur, durch die Aggression von Einzulgon, überhaupt erst ausgelöst worden. Er hat den Kampf nämlich mit Supertier-Magie eröffnet. Und damit beginnen wir auch schon mit einem sehr bekannten Fall, nämlich dem von Tatschmys Ebenbild Sebastian, dem stehlernden Butler. Er hat die Anweisungen von Einzulgon zu einer Zeit ignoriert und sein eigenes Ding gemacht, als die Loyalität aller noch auf Mission befindlichen NPCs durch den Sheltier-Vorfall in kompletter Frage stand. Sebastian war damit beauftragt worden, Informationen zu sammeln und diese an die große Gruft weiterzuleiten. So wurde Demiok auch beide weh auf Renner aufmerksam. Und Sebastian war sich auch bewusst, dass die Ressourcen der großen Gruft gerade am Anfang recht knapp bemessen sind und dass sie deswegen schonend eingesetzt werden sollten. Und dennoch gabelte er auf dem Rückweg das halbtote Bauernmädchen Tuara auf. Und Solution Epsidon, die ebenfalls mit Sebastian unterwegs war, um eine versnobbte Tochter eines Händers zu spielen, war alles andere als begeistert davon. Denn wie sie auch in den Büchern und im Anime gesagt hat, Sebastian hätte dieses Bauernmädchen, das sich in einem wirklich üblen Zustand befand, auch einfach in einem Tempel abgeben können, wo sich Heiler um sie kümmern würden. Wenn auch nicht in dem Maße, wie Sebastian das tun könnte. Und später befall er Solution Epsilon, auch Tuare zu heilen und dafür eine Schriftrolle der vollständigen Heilung zu nutzen. Eine Schriftrolle, die weit über dem lag, was Nazarek derzeit imstande ist zu produzieren. Und wie gesagt, das war halt irgendein random Bauernmädchen, das Sebastian von der Straße aufgelesen hat. Und die Ressourcen wären auch normalerweise einfach nicht dafür freigegeben worden. Ich meine, wie viele kranke und halbtote Bauernmädchen gibt es im Königreich Reastis, das von Misswirtschaft, Kriminalität und Korruption geplagt ist. Nicht mal die große Gruft von Nazarek hat die Ressourcen dafür. Und Solution Epsilon war deswegen auch enorm misstrauisch geworden. Warum Sebastian überhaupt so etwas macht und sich gegenüber Menschen, also Leuten, die gar nicht aus Nazarek stammen, so loyal und nachsichtig zeigt, warum er die Ressourcen der großen Gruft, die eigentlich Einzulgon dienen sollten, so verschwendet hat. Und der Grund dahinter war ganz einfach der, dass Sebastian sich loyal zu Tajmi zeigte. Denn so wie Tajmi einst Einzulgon geholfen hat, als dieser wortwörtlich am Boden lag, so hat Sebastian das gleiche mit dem Menschenmädchen Touare getan und sie gerettet. Er hat also quasi das gemacht, was Tajmi auch getan hätte. Doch wie gesagt, für Solution Epsilon sah das Ganze nach Verrat aus. Es sah für sie so aus, als ob er die Menschen nun höher schätzen würde als Eins und Nazarek. Und auch, dass Touare im Haus bleiben durfte und als Maid quasi sich um den Haushalt gekümmert hat, war Solution Epsilon extrem suspekt. Und als sie Sebastian darauf angesprochen hat, bekam sie immer nur zu hören, dass sie ja bald wieder gehen würde. Nur passierte da nie irgendetwas. Und deswegen kam Solution dann auf die Schlussfolgerung, dass Sebas eins verraten hat. Hinzu kommt noch, dass sich Sebastian dadurch mit den acht Fingern angelegt hat. Denn er sollte eigentlich unauffällig Informationen sammeln und keinen offenen Krieg mit dem größten Verbrechersyndikat des ganzen Landes anfangen. Für Solution war das alles extrem merkwürdig. Und deswegen war auch der Test der Loyalität so wichtig, um Klai zu bekommen. Und wäre Touch Me dabei gewesen, so hätte Sebas wahrscheinlich Touch Mies Helfeinstinkt über den Anweisungen von Ayn Zulgon Folge geleistet und Tuare verteidigt als angegriffen. Aber ohne Touch Me hat Sebas nach einigem inneren Konflikt den Befehl von Ayn Zulgon Folge geleistet und Tuare angegriffen, was dann wiederum seine Loyalität bewiesen hat. Weiter geht es mit einer Aktion, die sich ebenfalls während des fünften und sechsten Bandes der Leitploffelreihe abgespielt hat, nämlich der Rettung der Kinder von Reastis. Eigentlich hat Ayn Zulgon nämlich den Tod dieser Kinder befohlen, doch Pestonia und Nigredo, die ältere Schwester von Albedo, haben sich diesem Befehl aktiv widersetzt und die Kinder gerettet. Etwas, das dazu führte, dass sie zur Strafe im Gefängnis auf der fünften Ebene eingesperrt worden sind. Was im Falle von Nigredo jetzt recht wenig bringt, denn die Gute lebt ja bereits dort. Und wie gesagt, auch das war hier eine direkte Anweisung, die die beiden von Ayn Z ignoriert haben und sind anstelle dessen nie bei ihrem eigenen Gewissen gefolgt. Und das Ganze liegt auch sehr am Karma der NPCs und wie ihre Erschaffer wollten, dass sie sind. Also während Lupus Regina Beta ein negatives Karma hat und die lächelnde Sadistin genannt wird und sich ihrem Charakter nach verhält und sich nicht sinnlicher erwünscht, als das Kahn brennt. Und die auch jede kleine Gelegenheit nutzt, um Enri entweder in Verlegenheit zu bringen oder auf dumme Gedanken zu bringen. Ja, so nutzte Pestonia, Sebastian und Nigredo halt jede Gelegenheit, um den Leuten zu helfen, um die sie sich nach den Willen ihrer Erschaffer besonders hätten kümmern sollen. Lupus Regina hat dementsprechend sich auch eher mit Enri beschäftigt und dem, was sie nachts so treibt, als immer treu und gewissenhaft Bericht über Kahn zu erstatten. Etwas, für das sie von Ayn Z holgón auch getadelt worden ist. Mit anderen Worten, auch wenn die Befehle von Ayn Z holgón als absolut angesehen werden, so gibt es durchaus noch einen eigenen moralischen Kompass, dem die NPCs manchmal auch gegen den Willen von Ayn Z holgón Folge leisten werden. Abschließend lässt sich noch sagen, dass Albedo etwas im Schilde führt, um Momonga ganz für sich allein zu haben. Und wahrscheinlich ist die Rettungsteam für die anderen höchsten Wesen in Wahrheit ein Killsquad, das sie eliminieren soll, bevor sie Ayn Z holgón erreichen können. Und Albedo will mutmaßlich auch die gesamte große Gruft zerstören, so dass sie dann ganz alleine mit Ayn die Zeit in der Ewigkeit verbringen kann. Aber auch das geht auf die Charakterbeschreibung, die Ayn Z holgón in letzter Sekunde in Albedo eingefügt hat, zurück. Mit anderen Worten, auch wenn Jerkniffs Idee, die NPCs gegen Ayn Z holgón aufzuhetzen und Svitrach zu sehen, wahnsinnig war, so gibt es doch genug Eigenleben innerhalb von Nazareg, dass sich durchaus mächtige Konflikte in der großen Gruft abspielen können, gerade im Falle von Albedo. Und damit soll es das auch schon für heute gewesen sein. Habe ich was vergessen? Wollt ihr noch etwas zum Thema sagen? Dann schreibt es mir gerne ab in die Kommentare. Und während ihr das tut, sage ich wie immer an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an animangatv.de Blue Planet 6 White Bird Best Philipp Mr. TNT Fabian Karibasas Maske David André Hope Hauer Nix Morg Dir Sebastian Dark Phoenix One Despotanis Nemasa1106 Peng der Pirat Florian Peter Lordikon3D Kitsune Mr. Funny Guy Tiva Tiva Tobi CTC Kirul Tepes Hendrix Dressow und Yuhari-Chan Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle habt einen wunderschönen Tag. Hoh... MAHbro H Untertitelung des ZDF, 2020